Und? Gibt's Neues? Trends in den letzten Wochen. Also, wenn ihr wissen wollt, was das gerade sollte, dann verfolgen wir jetzt mal die neuen Trends von den Frauen und Mädchen unter uns. Also schaut euch einfach mal den kleinen Clip hier an. Ja. Chabos, wissen wer der Babo ist? Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi Arabi, Money Rich, wissen wer der Babo ist? Attention, mach bloß keine Harakets, bevor ich komm und dir deine Nase brech. Wissen wer der Babo ist? Immer noch derselbe Chabobitch, den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasen snifft. Wissen wer der Babo ist? W-w-wissen wer der Babo ist? Hä? Äh, hast du jetzt, hast du jetzt verstanden? Okay? Hab mal Respekt vor mir, Alia. Okay? So Leute, wir reden jetzt erstmal eine Runde drüber. Das ist der neue Trend von den Mädels und es geht einfach gar nicht. Die werden einfach nur zu Ghetto-Tusten erzogen. Wer, wer das meine Tochter? Ich würde die nicht nur unter den Esstisch klatschen, ich würde die unter den Schreibtisch unter den Wohnzimmertisch runter. Bam. In den Keller. In den Keller runter. Nee, das geht gar nicht. Also wenn ihr was ihr davon haltet, könnt ihr alles in die Kommentare packen. Schreibt es runter in die Kommentare. Ja genau, das wisst ihr ja inzwischen, glaube ich, nach den paar Videos. So Leute, das war's jetzt mit dem Video und dann bis zum nächsten Mal. Die paar W-